Willkommen bei den Chaos-Tieren, wieder mit Gene, Natti und Spokalina und natürlich mit mir, Modash. Heute spielen wir Golf It und zwar haben wir die neue Karte von Vortex Games, die wir spielen dürfen. Ja, die wollen wir euch dann jetzt mal vorstellen. Richtig, hallo! Richtig, hi! Hallöle! Ah, ich muss noch auf bereit, ne? Ah, ne, bin ich schon. Nein, ich bin der Letzte, ich bin der Letzte, der bereit sein muss. Modash war noch nicht breit. Wir waren noch nicht breit? Ja, weiß ich schon, ist doch gut so. Ich bin breit. Modash? Ja? Mach mal die Fliege. Mach ich. Mach mal die Fliege. Oh Mann, genau in der Ecke. Hey! Hey! Ich bin voll hier mit dem Kopf geworden. Ja, vor allem auch noch am Ziel. Was, du bist am Ziel? Ich bin bei dir am Ziel gewesen und ich bin auch da an der Ecke da gelandet. Oh, scheiße. Hä? Hast du mich jetzt... Du hast mich jetzt da durch das Dicke gejagt? Ja. Okay. Mein Ball wird brennen. Nur weil ich aussehe wie eine Hexe, heißt das nicht, dass ich verbrannt werden will wie eine Hexe. Ach, fahr. Wie kommt man wieder an anfangen? Welchen muss man nochmal... Schenke fest? Ähm... Ja. Danke. So. Ich hatte einmal gedacht, ach komm, nimmst du dir den kompletten Looping plus den... äh... Brunkchonste und dann steht da so ein komischer Modash. Tja, haben wir wohl nix, ne? Ey, die Pilze sind Schlumpfhäuser, ne? Sehen aus wie Schlumpfhäuser. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Oh, stopp, raus. Was geht denn her? Wird jetzt sehen, siehe. Special Sex Sexukiller. Warum seid ihr also blau? Anja, saufen, ägelsau. Lacht ihr mich aus? Nein. Nur an, nur an. Nur über dich. Okay. Juuu. Oh, blöde Mauer. Ach, falsche Geschwindigkeit. Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Ah, da geht sie durch. Ja. Äh, das hatten wir schon mal, das Thema. Die Mauer muss weg. Nein, das... Mann. Nein. Das ist doch doch nicht, Mann. Hängst du immer noch hier oben? Nein, die ist gerade über die Brunkchonste wieder da zurück. Ja. Ja. Fies. Hatte noch zwei Schläge. Ja, ja. Die macht das jetzt in einem Schlag. Ja. Geht das? Ja, aber mit zwei Schlägen hättest du das schaffen können. Jetzt nicht mehr. ja jetzt erst recht nicht jetzt schafft es letzter schlag gewesen jeder in einer anderen richtung ok doch man kann doch nicht sein das war die verkehrte richtung ich bin bei den pilzen ist das richtig ja ich hab hier die hörner das war ein bisschen zu slap zeig mal stefan wie du das machst also er geht auf der anderen seite runter und nein ich bin drin war nur mit glück war schon so schlapp mit fünf schlägen ist der angesetzt der hügel in dem hügel ist mitten in den hügel rein so schön immer wieder nach ja bis jetzt so gucken was uns doch für überraschung ja fast ja 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 wird sie es schaffen nein sie schafft es wieder nicht so jetzt noch mal schlafen ab schafft es mit dem letzten schlag du musst üben soll mal zehn tacken aufnahmen machen oder wie du kannst ja auch ohne aufnahme üben du sollst üben ich habe was gefunden ja ja scheiße kannst du nur nicht verwenden ich habe gedacht ich könnte kurz und neben hat zu knicken dann und tschüss ähhh pass ich da durch ne bestimmt nicht wie viel zu rund für zu schwach Du 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 Ja fast Oh Wo ist denn jetzt gelandet? Du bist tot Stefan, tot Warum ich? Ja? Ich war das doch gar nicht Ich hab gedacht du wärst das gewesen Nein Wupp Nein, nein bleibst du wohl da stehen Danke Juhu Ich bin schon lange drin gewesen Ach so Ich brauch ja unbedingt ein Sündenbuch Oh Wollas ist drin vorbei Schon wieder Ja Aber jetzt Bisschen fester So geht's auch Das war echt echt Das war zu Zerstöre den Stein Ein bisschen fester Ja 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 das geht wieder zurück Ah Ja das ist jetzt gut Na das war Ach Leck Mensch Wenn der Stein hinter dir ist Wenn der Stein hinter dir ist In dem Sinne musst du Okay Na Jetzt Der Stein kommt immer jedes Mal anders Bei jedem Nein Vergessen Ja Okay Come Und wer' Und wer geil ich gehe ganz langsam die treppen runter ins nichts ich werde hier rumgeschobst ich wollte meinen zuschauern mal zeigen wie es nicht gemacht wird auf der karte Ah ja keine ahnung ey cool 2 ist schon bei mir das war 2 ja zu schlapp auch leckt mich doch ja ich hab's geschafft ich bin drin der warte fest kannst du mal drei schläge gebrauchen ich bin doch drin ja boogie ne also das hat jeder gesehen bitte das hat jeder gesehen ich hab gar nichts gesehen ok dann muss doch mal machen träne ja stand es mir im weg so ich bin auf jeden fall an den dingern von bei o boah was ist das denn okay okay ich weiß schon mal wo das ziel ist hoffentlich funktioniert das jetzt auch ich bin drin ich auch wir haben beide einschlag zu viel gebraucht okay wir müssen mehr üben ja boogie 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 oh das war doof das war jetzt echt gemein ja einmal auf der ecke angesetzt und wieder runter ja ja hat's geschafft ja eine rutsche oder auch hier oder was zu machen youtube gleich holen hast du die blitze gesehen ich sehe nichts mehr jetzt sie sind ja ich sehe nur eiszapfen ich komme weg ich werde sie nur weg ich schon die werden immer größer das kann das sein Ich kann mich nicht... Ey, uppassen. Nein! Nein, 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 nein! Scheiße, sind mir große Fehler. Ich wurde gerade wieder angeschoben. Entschuldigung. Tschüss. Oh, scheiße. Über ein Haus. Das gibt's nicht. Ey, die Map ist ja voll geil. Ja. Kann das sein, dass wir immer größer werden? Nein. Nein. Ja, oder halt. Das wäre meine zweite Frage gewesen. Was? Die Map wird kleiner? Nein. Ja. 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 Das ist eng. Ja. Boing, boing. Boing, boing, boing. Ja. 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 Das ist der Hammer. Ja. Ja, wer die Wahl hat, hat die Qual, ne? Ja. 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 Also äh, nix jahr. Nach dem Schlimme ist die Zeit. Flübing. Ja, bei Spothy ist das ein Flowmi. Aber ähm... Da... Ähm, ich komm gar... Ich komm zwar bis zur Wand, aber nicht da, äh... zu den regeln der wand sind die regeln jetzt ist also nicht drin sondern ja du bist drin nach 13 schlägen ganz schön mit schmackes hatte ich ja hier oben die lösche eins von den scheiben treffen wird man derjenige in das ding zu schnauben da kann er später machen ach die sind so fixiert was ich gucke mir gerade die ringe an wie die fixiert sind ich gucke schon die ganze zeit auf die ringe so doch das sieht irgendwie zu einfach aus wer will gelünscht gar keine das ist wir sind unsichtbare wände ich weiß wo das aber erst muss ich tut das wieder aktiviere ich sehe es ich habe gedacht ich drücke r weiß ja dass ich zurück gesetzt werde aber dass das dann bleibt nur nö ich bin doch durchgegangen ich bin fertig du bist doch fertig der einzige nicht schlecht ja den ersten schlag noch hingekriegt irgendwer war mal unterwegs im weg ich bin in andere richtung gegangen ich komme auf die andere seite das zwischen den rädern ja ja gut gemacht das will ich auch dann geht doch ich bin drin menschen oder ist ja vor regimen ja so machen wir hier genau herumgeschobst oh man ja okay die map ist mit zwei schlägen zwei schlägen ja ich weiß warum warum aber wenn du glück hast ja ich sehe es auch gerade spooki hatte das glück gehabt so du wolltest jetzt auch noch da hinspringen ja besser die putzen wie von der position wo ich war hat es aber jetzt auch glück gehabt glück wäre gewesen wenn ich hier reingeladet wäre ich bin eher in die weischteile gekommen schweißen ich tritt dem immer auf die füße ja spooki den hole in one kannst du gut gebrauchen ich habe ein paar ja tribble boogie bin drin ich komme zurück ich auch muss aber festschlagen das guckt man hier gar nicht rüber das ist voll ups wie viele schläge brauchst du hier auch zwei drei keine ahnung ach so okay da geht es zu plant sind zwölf und dies muss schon was anspruchsvoller sein tschüss tschüss ja gehen aber ich brauche nur zwölf ich sag tschüss ja ja stimmt dann habe ich ja ein condor ich glaube ich weiß was du gemacht hast nein ich bin gerade ruhe ich habe die komplette map benutzt oh nein bin ich wieder ruhe scheiße stimmt okay ich habe dir unrecht getan hallo hallo du bist traiter jesus nein hallo nati ist hinter die runde entspann du bist traiter ja genau deswegen bist du traiter du hast mich nicht vorgewarnt das würde nur meine führung kosten warum du führer obwohl ich die map meistens immer vorher anspiele aber dies war ich nicht gemacht durch das loch geht es nicht woher sollen wir das denn vorher wissen wir sind einfach vorsichtshalber trat vorbei wir sind einfach vorsichtshalber trat vorbei genau die karte ging da hinten noch weiter ja hätte ja sein könnte dass es da abkürzung war deswegen ich habe auch vorher erstmal reingeguckt ja ne ich nicht weil ich habe das doch dann nicht getraut na die letzte map die wir gespielt haben ja genau höh noch ein stück noch ein stück noch boah echt ach ich bin an der kanone vorbei schein 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 so ach 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 ich hab doch die scheiß wandteuhr jetzt berührung du bist doch durch da hat er nicht angezeigt bei mir das war zu fest aber wir auch das war zu schlapp man kann es aber auch gar nicht recht machen nicht schlappen können jeden wort zu schlagen hallo bist du mal hinter mir ja ich kann nicht weitermachen wenn du nicht so kann man auch ein looping nehmen das war zu schlapp das war zu schlapp aber mit dem letzten schlag habe ich das reingeschafft von hier aus kommt man nicht mehr weg komme ich nicht mehr weg ich weiß nicht wieso so viel schläge habe ich ja gar nicht mehr nicht mehr zu schlapp nicht mehr zu schlappen Okay Okay Tschüss Da ist einer an mir vorbei Runter, runter, nee, nicht da runter Tschüss Nein, 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 nein Nein Booty An eagle Haha Ja Ach, gerne Heute reicht man mich hier nach hinten durch, ey, das geht ja gar nicht Spocky ist heiß Spocky ist heiß Ja Hä? Sieht doch mal so aus, willst du irgendwo landen? Ja Der hat Abkürzungen drin, das heißt man kann nicht so viel abkürzen Ach so Wir wollen Fuschen Wir wollen Fuschen Wir wollen Fuschen Hashtag wir wollen Fuschen Hashtag mach ne Fuscher-Map Ey, ey, das war gut Ja Aber Sie hat ja schon 15 Ja Ja Ja, das wird Wir sind ja auch bei Loftbusse Äh, wo lang? Wohin? Wohin? Ja So was von mir auch So tief Oh, oder zu weit nach rechts, ganz das sehen wie du willst Ich nicht Doch Guck mal unten Es sind auch welche Hä? Oh Mist Egal, ich hab mich jetzt auf die Tür eingeschossen Ja So 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 Fast Fast, ja, stimmt Na Ty, bist du euch schon drin? Ich bin schon drin Drei Schläge Okay Leidlich Spooker ist auch geschafft, glaub ich, ne? Äh Nein Ja Es hat sich jemand dran gehört Nee Boah, schade Ja Boah Hm? Das war fies Der an der Kante warte Achso Achso Dün 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 Also Die Ah, drin Toll Bist du? Ja Ja? Okay Hm? Hä? Und draußen Dün Dün Ich weiß Dün Waschkrampe! Waschkrampe! Ganz schnell rein! Drinn! Ey, das gibt's nicht! Ach, du hast... Hast dich noch bewegt, wo ich dich getroffen habe? Jaaa! Das wusste ich nicht! Weißt du, deine Frau macht's noch hinterher! Die landet gleich sonstwo! Pech gehabt! Ist ja nur noch ein Loch! Oh, das war mal knapp! Schieß Natti raus! Reiche mich! Jaaa! Das macht doch nix! Ich bin drin! Jaaa! Hä? 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 Was machst du? Ich schieß aufs Loch! Komisch! Das hat was mit dem... mit diesem dunklen Staub zu tun! Jaaa! Nicht in dunklen Staub! Hä? Ich schieß aufs Loch! Komisch! Das hat was mit dem... mit diesem dunklen Staub zu tun! Jaaa! Nicht in dunklen Staub! Ich schieß ihn aufs Loch und dann tut der mich weg! Ja, die die jetzt kommen! Ich seh keinen dunklen Staub! Ich aber auch nicht! Auch nicht diese Lichteffekte? Nein! Die sind hinten! Ja! Das war jetzt voll unfair! Die sind aber nicht da wo sie war! Voll verarscht! Und zum Abschluss noch ein Hole in One! Genau! Ja! Das war's dann schon! Das war's schon! Jaaa! Jaaa! Das ist eigentlich ne schöne Map! Jaaa! Ich find's klasse! Empfehlenswert! Sehr empfehlenswert! Lad's euch runter! Sehr empfehlenswert! Jaaa! Jaaa! Wir danken dem Vortex, dass er sie uns geschickt hat! Ja Vortex! Super! Danke! Ja! Ja! Wenn euch das Video dann gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch! Und vergesst nicht uns zu abonnieren! Ja! In diesem Sinne! Ciao! Ciao! Metv! Genau!